Willkommen im Domero Hotel Burghausen. Ich bin ganz, ganz stolz, heute Abend das so anmoderieren zu können, wie es tatsächlich ist, das Domero Hotel Burghausen. Mein Name ist Manuela Halm, ich bin Mitglied der Geschäftsführung bei Domero. Eigentlich hauptverantwortlich für den Bau. Das heißt, mein Kollege, der Herr Fannickes, wird jetzt einsteigen. Ich baue immer alles. Herr Fannickes übernimmt es da eine Dauberatik, wenn alles läuft. Bei uns, bei Domero ist alles anders, deswegen bauen die Frauen. Die Männer kümmern sich dann um das Häuschen. Sie sehen, wir sind anders und auch das wollen wir in Burghausen jetzt hier leben. Und wir sind ganz, ganz froh, dass Herr Dr. Wörl den Standort ausgesucht hat, dass er sich mit Herrn Miegel einig geworden ist. Herr Miegel als Eigentümer der Immobilie und sozusagen unser Vermieter. Also herzlichen Dank auch nochmal an Herrn Miegel, Kommissar Burghausen. Herr Miegel, ja, wie war das damals, als Domero kam? Lustig. Von Anfang an lustig. Es war nicht ganz leicht, weil vielleicht wissen es einige. Es ist ja das letzte City Comfort Hotel gewesen. Mit einem schweren Herzen wollte ich es doch abgeben, weil ich die Familienplanung vorgeschoben habe. Und so habe ich noch einen passenden Pächter gefunden, der modern denkt... ...